Sie glauben, Sie verdienen zu wenig, um sich eine Immobilie zu kaufen? Eins, zwei. Zweitausend. Dreitausend vierhundert. Achttausend. Da liegen Sie falsch. Auf diesem Planeten kann ich alles besorgen. Es ist ein Preis, der so gering ist, dass wenn du es weiter verkaufst, wir schweinreich werden können. Verstehst du? Alle Menschen haben was gemeinsam. Sie sind gierig. Ihr werdet die besten Immobilienmachler in ganz Deutschland. Seit wann hältst du eigentlich die Lieden? Du meintest, du willst nicht und ich bin schon zu breit. Wir kaufen euch. Wenn ich mit zehn Tests gefeuert. Oh, du fröhliche. Der war schon immer so. Noch eine Frage. Ja, fragen Sie euch. Das hier ist kein Beschiss, oder? Das hier ist kein Beschiss, oder? Ja, ich bin mir. Ich bin kein Beschiss, oder? Ich bin kein Beschiss. Ich bin kein Beschiss, oder? Untertitelung des ZDF, 2020